hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen runde warface bis haben mich alle runden echt angekotzt und heute spiele ich airbase ich habe zwar eine allied crown ausrüstung aber ich weiß nicht ob mir das jetzt so viel bringen wird weil in den letzten hunden war das wirklich echt so scheiße also wir fangen hier gleich an versuchen hier mal ein paar kiss vielleicht zu machen wenn ich schlecht so kommen die immer von hier aber man ich habe mich jetzt leider erwischt aber kacke ist ein bisschen ungeplant von mir aber wenn ich es richtig mache ist es ist alles gut aber der hat sich hingelegt ok ja den holen wir uns auch gleich das zeigt auch wenn sie von hinten kommen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hat seinen eigenen teammate mit dem gekillt mit mit seiner mine weil ich dort reingelaufen bin das ist auch dort gewesen ach scheiße jetzt wird es immer wie schwerer und ich habe angst dass der typ mich überholt ich weiß gar nicht wie viel in der runde geht ach scheiße das ist so knapp das heißt übrigens wie heißt du auf rumänisch oder nein wie alt bist du glaube ich das klingt schon wie eine beleidigung zwei ecken solche noobs schmeißen wir jetzt schön gleich eine granate rein und dann kommt er jetzt rasieren wir ein paar wichser ach ich würde den killen das ist so ein schöner kill gewesen jo von oben kommt einfach von oben runter andere von oben was der hat schon 38 was für ein hacker ist das 38 kills wie das ist ein fucking hacker das ist unmenschlich das ist unmenschlich und da ist er hinter mir geht durch, geht durch, geht durch, geht durch und das war es auch schon mit dieser runde ich hoffe es hat euch gefallen war auch nicht allzu schlecht muss ich sagen zweiter platz gefällt mir aber erst mal natürlich noch besser gewesen wenn dieser typ nicht gehackt hätte war das auch geil gewesen das ist nur eine vermutung von mir und ich sage mal dankeschön fürs zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren dieses video zu liken und bis zur nächsten folge tschüssi bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal им Vielen Dank.